herzlich willkommen euren freunde wir haben gerade 21 uhr für euch ist es wahrscheinlich 13 uhr noch was am 14 juni wir werden heute nämlich im teich bisschen fischen und ich war heute noch nicht hier online deswegen habe ich leider auch schon wieder verpasst was es schönes im dingseebums gibt im kleidungsladen aber gillewa hat uns was geschickt das schauen wir uns mal an hier das hat uns dann der gillewa hier geschickt ich hoffe hallo ich wollte nicht nach oben danke mein mikro ist irgendwie gefallen weiß auch nicht gott meine nase läuft gerade hier ein taschentuch tragen wir gucken mal oh mein gott ne bastelkohle ach so stimmt ich habe mir die ganzen jahreszeiten dinger geholt leuchtkäfer habe ich auch gefangen fliegen in der nacht herum und ja so hier guck mal ich zeige euch mal eben die sachen so dass man so einen blumenkopf wintersonnenwinde brautschleier erdbeerbrot hatten wir eh auch die bastelkohle ist sehr sehr cool finde ich aber wir tragen vielleicht erstmal das hier so und bevor hier nuki leicht zu macht dachte ich mir wir gehen mal rein melinda hat gesagt wir haben campingbewohner hier mal gucken wer es ist bin gespannt hallo ihr süßen so den haben wir ne ich meine den hätten wir ja 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 den haben wir kleiderschrank haben wir okay so schauen wir mal hier rein wir wollen heute nämlich den flösselhecht und den knochenhecht fangen die gibt es nur im teich deswegen holen wir gleich auch die köder aber erstmal müssen wir das rezept suchen was am strand liegt denn es könnte ein sommerrezept sein ich habe auch zwei rezepte die zeige ich euch gleich da habe ich auch schon gekraftet vom sommerrezept ich bin schon mal sehr sehr schön senden überhaupt jemand ja gut da links super 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 die habe ich leider alle verkauft deswegen brauche ich umgehend neue schon mal sehr schön sonst wird uns im meer noch der hammerhai falls wir gleich noch ein heil sehen sollten vielleicht kaufe ich mir gleich noch eine angel das könnte ich gleich noch machen wir haben ja noch 15 minuten zeit um eine angel zu kaufen ich habe 50 köder vorbereitet wenn die leer sind dann müssen wir es wieder beim nächsten mal probieren aber ich denke mit etwas glück werden wir schon schaffen es hat auch heute mittag geregnet dabei ist ganz ganz gut online und ja das war es dann aber auch schon ich nehme jede muschel mit zwei muschen sind wichtig leute schon sagen ich nicht überhaupt kein fisch aber da ist einer da hinten ist ein ballon schneller super cool 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 was haben wir denn hier ein go brett okay sagt mir jetzt gar nichts hier haben wir die flaschen post haben wir hier schönes von neu sette flachgartenstein habe ich wohl den habe ich noch nicht das endlich der grabstein die an die gartenstein das ist aber es anders sieht aber gut aus sieht gut aus so laufen wir schnell nach hause bringen die sachen weg und kaufen uns vorher noch lange nie engagieren engagieren falls ich kacke laber ja das liegt an der uhrzeit meine das ist zwar immer meine ausrede aber ja ach stimmt ich muss euch gleich noch zeigen wie ich paar fische und ne insekten habe ich glaube ich kein neues paar fische gefangen habe ähm nagel wollte ich kaufen ja nehme ich ich glaube ich kaufe noch eine naja gib mir mal zwei danke das hochzeitsevent darf ich nicht verpassen äh das bevor der tag hier oben ist manchmal hey siri teile mal auf 30 minuten manchmal so damit ich das nicht vergesse so ich bringe mir schnell die sachen mal nach hause so hier sehen wir schon mal den ersten boden ist einfach so ein cooles wasser das mag ich sehr und dann haben wir hier oben noch einen richtigen meeresboden da der sieht so aus der bewegt sich auch leicht also ist echt cool das gefällt mir sehr ok dann alles mal ins lager hier so erdbeerhut bastel oh man ich finde es schade dass es nicht irgendwie so einen knopf gibt da wo ich einfach nur r drücken muss und dann geht das automatisch ins lager und nicht immer runter klicken muss also nach oben ich habe mit glühwürmchen gefangen leuchtkäfer gefangen weil vielleicht wenn ich die dann ausstopfen lasse leuchten die immer noch könnte ich mir gut vorstellen hier in animal crossing so achso ich muss noch äh die dingsi rausholen die die ich wollte medizin sagen aber ne hier die köhler 50 stück 51 stück haben wir aber ich nehme jetzt nur 50 mit so in der hoffnung dass das reicht für die zwei fische ich glaube ich die einzigen teilsfische die es noch gibt also flützehecht äh taucht immer um 21 uhr bis 4 uhr auf deswegen habe ich auch gewartet oder knöchenhecht von 16 bis 9 uhr ja wir gehen hier unten hin ähm riesig und groß ok den brauchen wir schon mal nicht dann futter verschreuen den brauchen wir auch nicht das kann jetzt wieder was werden alter dreimal klein oder was ich seh ja hier gar nichts müssen wir so oben machen oben mäß ich ist auch ein klein ne die kleine brauche ich nicht das wird ja wieder was leute oh das ich weiß nicht ob das mitte oder groß ist wir fischen den trotzdem so was haben wir hier oh ne ein kapfen ein kapfen aber der ist auch wieder glaube ich so mitte groß nicht besonders sehr groß alter hätte ich fast gedrückt beim vierten mal katzenwelt was so ich meine in animal crossing nennt man echt vieles über fische ist echt cool ich glaube mein fische wissen habe ich echt nur von animal crossing bis jetzt in meinem leben gesammelt ich weiß jetzt wie katzenwälze aussehen wie andere aussehen wie andere aussehen und so echt cool außer dass hier kein großes ding kommt da komm doch mal hier und ich merk grad ich muss auf die toilette komm fisch komm super komm ja er hat's gefunden mal mal danke 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 katzenwälze ja war klar dass du das bist ich habe schon in meinem controller gespürt okay ich glaub die sind auch nicht mit groß gemeint oder ich meine riesig und groß ich weiß nicht was ich weiß nicht ob das groß ist katzenwels ich meine also für mich ist der mittel aber ich weiß nicht und ich auch nicht also da sind unsere kühler gleich schon weg wenn das so schnell geht dann müssen wir gleich den hammerhai suchen am strand das wäre natürlich auch noch eine möglichkeit falls die kühler recht wechselt das ist auch ein katzenwels oder gut eine kann ich mir angekauft und glück habe ich mir angekauft das wollen wir nicht das auch nicht das erst recht nicht man ist da groß aus aber war dann doch nicht allzu groß schade schade schokolade schade schokolade schade schokolade der haken der ist so dunkel wieder nur ein karpfen also bis jetzt hatten wir eher semi glück ich habe aus versehen gedrückt geht nach links oder ja ja gut der bewegt sich schon mehr was ist das ein knochenhecht das werde ich nicht kochen echt ja aber so riesig war doch der schatten noch gar nicht oder bin ich bekloppt riesig flüsselecht ist nur groß naja ok ok dann fange ich einfach hier alle weiter sehr schön haben wir schon mal einen oh 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 guck mal der hecht der war doch genauso groß wie das oder nicht Junge er dreht sich bestimmt noch mal ne mit glück gehabt aber das ist ein katzenbild oh doch nicht ein kalt karten so noch 27 20 ah der ist klein der auch oh der könnte was sein was hier so hier so ne fühlt sich nicht gut an na war wieder ein kohlkarpfen ein kohlkarpfen ein kohlkarpfen futter verschreuen ne ich wollte nicht ich auch nicht ne du gehst nach rechts oder ne 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 war nicht und nachher längst ja ich würde auch nicht so toll an Da steht aber Teich. Da steht dick und fett Teich. So, Hecht, dann komm auch endlich mal hier hin. Oh, der sieht gut aus. Oh, oh, der fühlt sich gut an. Da ist wieder ein Knochenrecht. So, Futter schmeißen. Oh, der fühlt sich auch gut an. Noch einer. Noch eine. Noch zwölf Chancen. Oh, du gehst nach hier hin, oder? Na, tschüsse. Aber nicht so, wie ich es wollte. Alter. Ist ja ganz blöd. Ach komm, dreh dich zumindest wieder um. Sehr gut. Na, der fühlt sich nicht an zu, dann. Oh, ich wollte den schon als Köder verwenden. Ach, er ist in die andere Richtung. Oh, Junge. So, jetzt aber. Nee, der ist auch keiner. Beziehungsweise, ich weiß eh nicht, wie sich der Flösser echt anfühlt. Hm. Der ist zu klein. Oh Gott. Aber bis dahin können wir, nee. Nee, ist mir zu unsicher. Ob wir bis dahin ein Schiff, äh, Fisch schaffen. So, hier sind die ganzen Blumen, dann verschwindet das Geschenk. Und das wollen wir ja alle nicht. So, hier reicht. So, was haben wir denn hier schönes? Rezept? Scheiß, ne, schade. Ein Kimino-Ständer platzieren. Ach, das ist sowas. Ja, toll. Toll. Na, da machen wir immer weiter. Äh, Angel. Oh, nee. Oh, nee. Das ist ein Katzenwälz. Mal wieder. Mal wieder. Oh. Mann, was ist denn mit meinem Mikro los? Das ist mir immer runter. Dingsen. Ja, jetzt aber. Ja. Perfekt. Ah, wieder klein. Wie, ja. Es ist ein Fehler von der Seite, ja. Und es ist gar nicht riesig. Sondern klein. Das wäre gemein. Das wäre echt gemein. Okay, Leute. Jetzt haben wir nur zwei Köder. Vielleicht ist er... Ach, nee. Nee, ich wollte gerade sagen, deswegen ist er so teuer. Aber das war ja der billigere Fisch. Na, ja. Okay, Leute. Dann... Bringen wir erstmal alles schnell zum Dingsi. Oh. Ist noch ein Geschenk. Dankeschön. Haben wir hier. Schönes. Ach, Verstärker. Mann, ich will da nur Rezepte. Ja. Gehen wir ihm mal hier alles ab. Und das. Hallo, hallo, Eugen. Guten Abend, Moritz. Willkommen im Nimmerland. Wie darf ich Ihnen helfen? Ich will was stiften. Ich habe hier einen Schlangenkopf, Mücke, Chilapie, Knochenhecht und Leuchtkäfer. Fünf Stück. Ja, 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 ja. Nee, danke. Reicht schon. So. Dann speichere ich mal hier. Speichern und beenden. Und ich zeige euch noch eben, wie ich die anderen Dinge alle gefangen habe. Würde ich vorschlagen. So, ja, ja. Super. Kann ich hier Home drücken? Ja, kann ich. Album. Wo fängt es an? Arapaima haben wir ja schon, glaube ich, gezeigt, ne? Hier. So, da renne ich. Und dann sehe ich... Und sehe ich... Oh, da ist ein Fisch. Oh, den schnappe ich mir ab. Erstmal komplett verkackt. Und wieder verkackt. Und dann habe ich ihn. Dann habe ich ihn rausgefischt. Und es ist ein... Ja, ein Tilapia. Tilapis Lazuli. Sehr schön. Achso, den hatten wir jetzt gerade. Dann hier. Boah, ich muss umdrehen. Da auf die Toilette, Leute, ne? So, komm, komm, komm. Mach mal hier. Schneller. Mach schneller. Lauf. Lauf um dein Leben. Lauf um dein Leben. Oh Gott, Leute, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr aushalten. Komm, komm, komm. Fang ihn noch. Fang ihn. Super. Super, super. Super. Da haben wir den nächsten. Das war ein Schlangenkopf. Hier stehe ich einfach nur dumm herum. Und mach gar nichts. Am 12. Juni. Sehr interessant. Ah, da lasse ich dann ein Leuchtkäfer da rechts herum fliegen. Und dann... Oh Gott, ich habe keinen Kescher. Ah doch, ich habe doch einen. Ausrüsten. Und fangen. Super. Sehr, sehr gut gemacht. Leuchtkäfer. Und dann haben wir noch irgendwas hier gefangen. Äh... Eine Muschel. Noch eine Muschel. Noch eine Muschel. Dann bin ich hochgegangen. Und sehe... Da krabbelt was auf dem Boden. Das schnapp ich mir mal. Eine... Mücke. Okay, Leute. Das war es mit Animal Crossing. Wir sehen uns morgen wieder bei Minecraft Dungeons. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao. So...